Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein paar neue Infos für euch am Start und zwar geht es heute hauptsächlich um die nächste Map und eine mögliche Entfernung von der Map Königsschlucht und das vielleicht sogar für immer. Bevor wir jetzt damit beginnen, wollte ich noch ein anderes kleines Thema ansprechen, was aber nur die PC-Spieler betrifft. Einige von euch werden es vielleicht auch schon mitbekommen haben und zwar soll das Tab Strafen mit dem Patch 10.1, also am 14. diesem Monat, komplett entfernt werden. Für alle die, die nicht wissen, was Tab Strafen ist, ihr seht das jetzt einmal im Hintergrund. Wenn man sich schnell in eine Richtung, zum Beispiel mit einem Jump Head bewegt, muss man irgendeine bestimmte Bewegung machen und dreht sich dann extrem schnell in eine andere gewünschte Richtung. Ich persönlich kenne mich da auch nicht ganz so gut aus, denn es ist ja sowieso nur auf Maus und Tastatur möglich und ich spiele, wie ihr wisst, auf Controller. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich ziemlich unnötig finde, dass es entfernt wird, dass, soweit ich weiß, keinen wirklich krassen Vorteil innerhalb eines Kampfes gebracht hat, sondern wirklich nur so zum Spaß war. Aber naja, diese kleine Info am Rande wollte ich euch einfach nur mal kurz geben. Als nächstes geht es nun um die neue Map Tropic Island. Da Rand der Welt in Season 3 kam, Olympus in Season 7 kam, sieht alles sehr danach aus, als würde die nächste Map in Season 11 kommen. Der Name der nächsten Map wird, wie bereits gesagt, Tropic Island sein und auf dem Planeten Gia spielen. Der Planet Gia ist, by the way, auch der Heimatplanet von Caustic, Wambart und Krypto. Auf dieser Map wird es, wie jetzt auch zum Beispiel bei Rand der Welt Prawler gibt, riesige Spinnen geben, gegen welche wir vielleicht ähnlich wie bei Bloodhounds Ort Prüfungen auf Rand der Welt kämpfen können. Außerdem werden wir, genau wie auch auf Olympus, Tridents haben. Der einzig bisher bekannte Unterschied zwischen den neuen und den bereits bekannten Tridents ist, dass die Tridents auf Tropic Island minimal anders aussehen, da sie ein wenig dreckig sind. Außerdem bekommen wir immer, wenn eine neue Map rauskommt, einen dazu passenden Battle Pass. Als Beispiel bekamen wir zum Release von Rand der Welt in Season 3 diesen Skin für Caustic und diesen Skin für Lifeline im Season 3 Battle Pass und beide passen eben sehr gut zur damals neuen Map Rand der Welt. In Season 7 bekamen wir zusammen mit der damals neuen Map Olympus diesen Octane Skin im Battle Pass, welcher natürlich auch sehr gut zu Olympus gepasst hat. In Season 11 werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit also einen Battle Pass im tropischen Stil bekommen. Dazu gibt es aber auch bereits ein paar Talisman Konzepte, welche finde ich auf jeden Fall sehr cool aussehen und außerdem noch ein paar Waffenskin Konzepte. Denkt hierbei aber daran, dass es nur Konzepte sind und sie wahrscheinlich zumindest nicht umgesetzt werden. Was wir aber auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, sind die Map Rotations ab Season 11. Und zwar kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass wir vier Maps spielen werden, da es einfach viel zu viel wäre, also könnte es leider sehr gut möglich sein, dass wir eine der drei aktuellen Maps für immer oder eher für die nächsten paar Seasons nicht mehr spielen können. Wenn wir uns hier überlegen, welche Map es sein könnte, dann kommen wir als erstes natürlich auf Königsschlucht, da sie die älteste ist und länger keine großen Überarbeitungen bekam. Bei Rand der Welt kann ich es mir nicht vorstellen, da sie ja diese Season schon ordentlich verändert wurde und sie diese Season noch ein Town Takeover bekommen soll. Bei Olympus ist es erst recht unvorstellbar, da sie die neueste der drei Maps ist. Wenn also wirklich eine Map entfernt werden sollte, dann wird es wohl sehr wahrscheinlich Königsschlucht erwischen. Aus den ALGs ist sie schließlich auch schon seit einiger Zeit draußen, also wäre dies nicht mal allzu unwahrscheinlich. Lasst mich aber gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Ich persönlich fände es schade, wenn Kings Canyon einfach weg wäre und nie wieder käme, aber ich könnte es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, da vier Maps ohne Frage zu viel wären, da es aktuell mit nur drei Maps ja schon etwas schwierig ist. Aber lasst mich wie gesagt gerne wissen, was ihr davon halten würdet. Aber ja, das waren soweit dann auch wieder alle Infos für heute. Ich hoffe auf jeden Fall es hat euch gefallen. Wenn es der Fall war, dann lasst es mich auf jeden Fall gerne mit einer Bewertung oder Feedback in den Kommentaren wissen und falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne noch ein kostenloses Abo dalassen. Aber gut, so bedanke ich mich recht herzlich fürs zu Ende schauen des Videos und hoffe somit wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dahin und ciao.